wir haben einen knick in der realität ist uns letztes mal gesagt worden beziehungsweise die geister haben den knick in der realität und das ist alles ganz schrecklich wir müssen jetzt hier mal ein bisschen rumschleimen das machen wir auch weil wir sehen ja dieses ding so bitte einmal schleim 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 wir schleimen es voll gut vielen vielen dank und jetzt nichts wie weg hier das war ja einfach elissa was ich will in den sack gefahren es geht das licht aus ein bisschen schleim beseitigen das war auf uns zu stehst ein bisschen seit dem dämlichen kollege hier machen wir sind vom putzdienst der bd hier du bist du jetzt bist du grün naja du hast nicht anders gewollt was was war das was war das ist auch gerade etwas weggeschwebt wo 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 ist peter peter wenn ich sauber mache dann dann auch gründlich da hast du mich gerade verarschen ich glaube ich habe auch gerade den vorsitzenden kurz gesehen vorsicht er sich nach recht merke aus da hast du eine strumpfmaske du siehst aus wie ein gangster was steht da steht da irgendwas kann ich was lesen wir möchten sie first aid interagieren ach da kann man ja schon wieder trinken ja erstmal wasserchen wasserchen in ehren ihr kennt das ja das spiel ich konnte nichts dafür das war geisterhand ihr habt gesehen es war geisterhand und das ist exit blau 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 heißt einfach hat der fakt hat der fakt hat dieser gigantische steinkopf atmet jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken können wir denn schon wieder was was kaufen 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 haben 17.000 besitz im besitz im besitz im besitz im besitz im besitz im bild nicht besitzt machen wir kaufen wir kaufen wir wer lesen möchte bitte lesen ich scrolle einmal durch und ihr geht auf pause und das ist alles wunderbar das war mal dennoch ok also viel ist es nicht mehr aber wir müssen auf jeden fall wir müssen alles haben wollen wir müssen auf jeden fall alles haben so dr weg mein bieter baby wie wird da steht das schieß drauf sind wir hier am am sinnieren über das wort exit hä peter na gut wir gehen mal vor interagieren kommen jetzt da kommen die ganzen toten köpfe wieder ja 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 deckung suchen passen auf die ruhe können wir bremst verliert alter ich bin auf deiner seite ja 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 das ist schon weiter auf geht wir müssen weiter auf geht was ist das was ist der tod aus dem tarot weiß ich nicht was ist das ist hier für ein mobiler laden wo sind wir hier gelandet ich kann das spiegel vergeben interagent wie hintergehen ja das ist schon wahrscheinlich wieder sind wo sind wir hier freunde was ist für eine ausstellung ein paar töpfe was sind das das sieht noch ein bisschen ägyptisch aus und das hier na gut wir haben es ein bisschen folgeschleimt das gestehe gestehe ich ja diese musik macht mir ein wenig angst hey doktor weg nein peter wo sind wir denn jetzt hier gelandet müssen wir vor allem hin ich glaube hier kommen wir her ist es richtig dass wir hierher kommen interagieren die ägyptische dynastie bei den ägypten waren wir doch eigentlich schon oder nicht die ägypten waren wir doch mal ein halber sarkofer Ah, das ändert alles ein bisschen Waffe mit Fluch 2, ne? Du auch, Kollege, ne? Was ist denn ein Popel? Ich entferne dir mal den Popel. Was hältst du davon? Okay, behalte ihn voll. Das habe ich nicht gewollt. Freunde, das habe ich ehrlich nicht gewollt. Das ist irgendwie mit mir durchgegangen. Ich wollte ihm nur die Nase putzen und das ist interagieren. Ah, die Ancient Egyptians. Blablabla. Wo müssen wir hin? Dr. Venkman, wo müssen wir hin? Komme ich hier rein, Kollege? Ich mache, glaube ich, zu viel kaputt. Deswegen komme ich auch nicht auf den grünen Zweifel, was die Kohl angeht. Aber wo müssen wir jetzt hin? Hier steht der so dumm rum. Ich muss mal alles erkunden, ne? Weil ihr zu blöd seid. Ihr seid die Profis. Ich bin der Azubi und ich muss den ganzen Scheiß immer klar machen, ne? Das ist, das ist selten. Da ist der Schnappenwein. Was wäre es? Wo, wo, wo ist wer? So. Ihr seht ja herz allerliebst aus, Freunde. Das ist ja... Oh, schön. Weg, man. Rom, PKI-Meter verwenden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Artefakt. Wieso sind die eigentlich mal weg, wenn ich jetzt so... Nein, das ist so... Senators, äh, Senator Populusque Romanum, the Mayan, the Civil War. Artefakt, einfach... Ja, scann, scann, du bist lustig, okay. Sie könnten dich schon allein dafür küssen. Ich glaube, ich habe einen gescannt, ich will nicht von euch geküsst werden, Freunde. Ich bin ein Geistereräger, aber keine Knutschkugel, damit du es da ganz klar verstehen willst. Hm, Baby, ne? Ja, das ist... Kommen wir hier rein? Okay. Ich habe es gewusst, Kollege, ich habe es gewusst. Ja, so gut wie hin, aber noch nicht. Oh, wer ist da? Au, da... Da war ein Au, ja, ja, ich weiß, ein Au. Ja, ich werde auf dich achten müssen. Ja, ja. Ist das so? Mhm. Na, der will auch mal in Sicherheit... Nee, Kollege, den trägt ja nicht auch mittlerweile, ne? Ja. Du glaubst doch nicht, kannst du mir als einmal verarschen, ne? Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel kaputt gemacht. Na los, ich glaube, wir holen ihn ein. Ja, 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 willkommen, 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 uns leisten können besitzt 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 12.000 will ich habe ich habe ich weiß nicht was es macht ihr könnt ja mal lesen freunde ja 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 wir wollen das kaufen es wird festgestellt dass wir uns erwarten lesen lesen pause 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 danke tschüss das haben wir 6.000 irgendwas für 6.000 da war es zu 9000 ich wir müssen weiter sparen aber wir sind auf dem guten weg alles zu kriegen was das hier was das im moment die ägyptische graben kunst war ja doch das sind ach du scheiße den haben wir total zu klump geschossen hier das ist echt einer drin schaut mal das tut uns leid wir wollten uns deine ruhe nicht stört interagieren muss man dafür nicht mal sein geld bezahlen hier von wegen den kopfhörer kaufen blablabla hatten wir das glaube ich meine da muss im schloss was leute habt ihr elisa gefunden wo ist dieser geist hin du hast die nicht gesehen er ist doch gerade hier durchgekommen er muss auf dem weg zur welt von goza ausstellung sein unser stichwort bewegung hält von goza ja ja du bist aber groß man alter verwalter hey baby das beachtlich kollege beachtlich ach hier waren wir doch hier haben wir doch die ganze was für ein albtraum danke nicht gerade das was der rettende held von der meid in not hören will darf ich sagen dass ihre augen viel schöner sind wenn sie nicht wie heiße kohlen glühen peter ich habe eine echt beunruhigende in zum teufel kommt ihr denn her alle daten weisen darauf hin dass die geisterwelt durch mehrere fortportale in unsere dimension durchbrechen will tja noch mehr überstanden leute seht mal jetzt ruft sie meinen namen ja wann denn sonst blockiert die ausgänge er darf nicht mit ihr entkommen drauf mit dem schleim winston bringt die lady raus bevor er sich schnappt zielt auf das große gelbe auge wer hätte nicht auch gern diese superkraft who you gonna call ghostbusters trade Я warum gehen meine bibliothek mein museum und meine parade den bach runter ich sage ihnen doch Sir, die Geisterjäger sind nur Betrüger, die ein negatives Licht auf Sie und die Stadt werfen und noch mehr Geld rauspressen wollen. Hallo, Peck. Den Anzug habe ich im Blau. Ruhe jetzt! Alle beide! Herr Bürgermeister, ein gigantisches Ereignis steht bevor. Etwas in der Museumsausstellung löste eine systemisierte psychische Erscheinung aus. Den exakten Mechanismus kennen wir noch nicht. Natürlich nicht. Aber er leitet enorme Energie irgendwo hin. An etwas, das jetzt dabei ist, die Mauern zwischen unserer Welt und einer anderen einzureißen. Diese andere Welt tritt in unsere über. Es begann mit einfachen Geistern und animierten Monstern. Jetzt wird es größer. Wir wissen nicht genau, was als nächstes kommt. Aber in dieser Dimension gibt es nur Platz für eine Stadt. Zwei physikalische Welten können nicht am selben Ort existieren. Ganz elementare Teilchenphysik. Wir hatten einen Einblick in die andere Welt, Jog. Kein schöner Ort, die Brooklyn und die Bronx ohne Queens dazwischen. Ganze Wohnblöcke, die in einem fünften Dimensionsabgrund versinken. Kakerlaken so groß wie Polo-Ponies. Panik in den Straßen. Wie wäre denn ein Disco-Revival? Größer als je zuvor. Schon klar. Wir haben Probleme. Also was soll ich tun? Wir müssen die Stadt aufs Schlimmste vorbereiten. Die Stadt ist mein Problem, nicht eures. Jetzt erledigt eure Arbeit und haltet das Ding. Das PKE-Meter schlägt heftig aus. Schau dich mit einer Brille nach etwas Paranormalem um. Oh, falscher Knopf. Entschuldigung. PKE-Elemente, das war... Oh. Also wenn das nicht leuchtet oder... Kann ich die nicht scannen? Okay. Okay. Bitte nicht die andere Fakt. Na ja, wenn das nicht, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall, dass das läutet, aber ganz verdächtig. Ich hab's kaputt gemacht. Verdammt, ich hab's kaputt. Hier lang, bitte. Na, wirkt doch einladend. Ich bin im Büro und passe auf die Lüsse auf. Macht nichts Aufregendes ohne mich. Ich, ähm... Wo sind alle hin? Freunde, ihr könnt euch hier einfach verpissen. Ich geh da nicht runter. Ich könnte vergessen. Freunde, ich geh da nicht runter. Das könnt ihr total vergessen. Ich verpiss mich jetzt hier. Latt mich raus. All righty, all righty. Okay. Ja, wenn ich nicht immer so viel kaputt machen würde, dann sind die wahrscheinlich alles schon zusammen. Aber ich bin halt ein bisschen... Das ist, äh... Wir sollen jetzt hier echt runtergehen, Freunde. Das ist... Ich will da nicht runter. Schau mal, wie tief das da geht. Aber eine schöne Treppe, ne? Lieber, das ist doch mal ehrlich. Jetzt, jetzt wie ein Fächer. Das ist, äh... Nächste Folge. Freunde, ich sag vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Ich kann nicht mehr. Ich bin... Ich bin... Gehen wir runter in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank für's Zuschauen. Und ich hab in diesem Sinne... Ab in den Riener von Adriever. Ciao, ciao, sagt ein Geisterjäger. 45 Treppenbesichtiger. Ich sag Ihnen, wir sind hier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.